hallo schönen guten tag viele grüße aus dem kaffee express hier aus dem kleinen örtchen bartolmfelde wir befinden uns hier im harzer land aktuell ist es mitte dezember in wenigen tagen ist der heilige abend weihnachten steht sozusagen von der tür und aktuell sind es vier grad plus wir fahren ein wenig nieselregen heute fürs schnee ist es zu warm ja wir überqueren hier ein ehemaligen grenzposten wir fahren von westdeutschland nach ostdeutschland wir fahren von westdeutschland nach ostdeutschland nach Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020